Edificon Engineering GmbH. Wer erfolgreich bauen will, braucht einen zuverlässigen Partner. Ob gewerblich oder privat, wir überwachen Ihre Baumaßnahmen. Edificon Engineering bedeutet Bauconsulting und wir sind mit 13 Leuten dabei, alle Sachen im Bau abzudecken, Kostenmanagement, Zeitmanagement und natürlich Qualitätsmanagement, dass das vernünftig funktioniert am Bau. Dazu gehören Gutachten für Bauschäden und Wertgutachten sowie das digitale Gebäudebuch. Gerade für private Hausbesitzer ist ein Gebäudebuch wichtig. Ein Gebäudebuch ist wie ein Serviceheft fürs Auto oder eine Bedienungsanleitung vom Auto, wo halt alles Wichtige drinsteht, wie die Statik aufgebaut ist, wie die Haustechnik aufgebaut ist, welche Materialien im Gebäude verbaut worden sind, wie die sich eventuell miteinander vertragen. Weiterhin sind wir spezialisiert auf Wertgutachten, Gutachten für Gebäudeschäden und die Bauabnahme. Edificon Engineering. Sie erreichen uns telefonisch unter Leipzig 9279 9250 oder im Netz www.edificon.de. www.edificon.de.ant.de. Untertitelung des ZDF, 2020